hello boys and girls welcome to another postfach nein ich mache den ganzen scheiß natürlich jetzt nicht auf englisch da habe ich auch gar keinen bock eure fragen aus dem deutschen jetzt englisch zu übersetzen also keine panik so gut kann ich auch gar kein englisch ja wie ihr seht ich bin in meiner gewohnten umgebung in einer kleinen schnucklingen rumpelkammer hier und ja es hat sich irgendwie zeitmäßig nicht anders ergeben ich mache das ganze jetzt auf die schnelle nach feierabend sprich wir haben jetzt viertel vor elf und ich gönne mir jetzt erstmal ein käffchen und ja dann geht es halt jetzt nach feierabend ins postfach und ja weil ich keine zeit habe das anders noch hinzukriegen starte ich jetzt auch direkt mit den ersten fragen durch und anfangen tun wir da erst mal mit einem schluck kaffee weil sonst wird er kalt und dann geht es los mit fragen von murphy lp wie findest du express im valibi holland ja eigentlich ziemlich cool also die fahrt selber ist natürlich jetzt nicht der oberhammer aber ist ganz okay und ich finde auch für wie komme verhältnisse fährt sie sich auch recht gut also kann man durchaus fahren und ja ist jetzt nicht so super spektakulär aber auf jeden fall sehr sehr cool und ja viel viel cooler ist daran allerdings eine sache denn ja die kühlen und der ganze wartebereich ist mal richtig geil geworden jetzt seit diesem neuen plattform 13 und ja das gefällt mir schon richtig richtig geil also das fand ich sehr sehr cool und das hat mir super gefallen und ja deswegen wertet das auch die ganze fahrt ziemlich stark auf was wäre wenn wir koma slcs ein gutes fahrverhalten hätten ernsthaft ja also wenn wir koma slcs ein gutes fahrverhalten hätten dann wäre irgendwas auf diesem planet nicht ganz richtig keine ahnung ich glaube dann würde die hölle vorher noch zufrieren oder so ich weiß es nicht nein scherz beiseite ja das wäre auf jeden fall schon ziemlich cool also wie koma slcs wären dann wenigstens wirklich fahrbar aber einen kleinen nachteil gäbe es immer noch und zwar die dinge die stehen immer noch zuhauf an jeder ecke und in jedem park baugleich und ja das wird das natürlich fahrbar aber immer noch nicht so viel besser machen weil es die dinge halt einfach zu hauf überall gibt aber wir auf jeden fall mal ganz ganz lustig falls du einen findest oder wie koma mal einen baut vielleicht ja in der 2.0 version sagt mir bescheid ich fahr damit wie findest du den flug der dämonen okay gut ja was euch dazu sagen flug der dämonen ist ganz okay ist jetzt nicht meine lieblingsbahn hatten gutes layout ist auch eine vernünftige bahn die b&m da gebaut hat beziehungsweise der heidepark da gebaut hat aber ist jetzt für mich absolut kein highlight denn die ist mir persönlich einfach zu langsam unterwegs also so 10 15 kmh mehr hätten der bahn meiner meinung nach ganz gut getan und dann hätte ich die bahn persönlich auch richtig geil gefunden so reicht es nur für ja sagen wir mal oberes drittel aber nicht ganz nach oben wie findest du grottenblitz powered coaster im heidepark ja bekannt grottenblitz halse powered coaster mag und nicht sonderlich spektakulär auch so aktueller stand vom theming her ja ganz gut aber jetzt auch nicht super spektakulär gas geht durch die höhle durch und ja ansonsten ist halt ein kleiner schnuckliger powered coaster ganz okay für zwischendurch aber auch wieder kein highlight die nächsten fragen kommen von gustav frieda zwei fragen erstens vinyas 4 oder vinyas force vinyas 4 ja wenn man auf der treppe steht die rechte von beiden müsste doch die vinyas 4 ja ist vinyas 4 ja auf jeden fall die weil einfach die etwas längere strecke und dazu auch noch der emmelmann turn und das ganze finde ich schon viel viel cooler weil es da halt auch gerade in diesem letzten jahr in dem indoor dark ride bereich also in dem komplett dunklen bereich auch ein bisschen mehr strecke gibt als bei der force und das finde ich einfach schon deutlich cooler und gefällt mir daher etwas besser zweitens erklär mal deinen kanal namen was heißt emmy pictures ja das habe ich schon erklärt und zwar müsstest du da einfach nur mal ein anderes video hier auf diesem kanal anklicken und zwar das wer bin ich video da erkläre ich dann auch woher der name emmy pictures kommt beziehungsweise ganz genau eigentlich woher das emmy kommt also me kommt und ja pictures erschließt sich wovon selbst wenn jemand mal im kino gewesen ist woher sowas kommen könnte die nächsten fragen kommen jetzt von friday teardrop eigentlich hatte ich mir ja so viele fragen ausgedacht aber ich belasse es mal bei diesen hier erstens haben der herr sich schon was schönes für das 3000 abo video überlegt nein hat der herr noch nicht erstens mal sind es noch gute 350 bis dahin und so wie meine abo zahlen steigen dauert das auch noch eine ganze weile und zweitens habe ich jetzt auch so im moment spontan aktuell keine wirklichen planung für ein großes spezial video bei 3000 abonnenten also es wird bestimmt eins geben aber jetzt kein super duper großes sonst was nicht dingen also aktueller stand nein zweitens wann gibt es endlich merch von dir so ein rotes shirt mit emmy pictures freizeitpark tv logo würde mir echt gut stehen ja ich weiß jetzt nicht ob dir das gut stehen würde aber kann es mir vorstellen nur da gibt es einen kleinen haken es gibt kein merch von mir oder von diesem kanal besser gesagt gibt es nicht und wird aller voraussicht nach zu 95 prozent auch in zukunft nicht geben sorry dafür aber das hat verschiedene gründe und das habe ich auch schon in diversen postfach videos und an anderer stelle glaube ich auch schon mal erläutert und deswegen sorry aber nein da müsst ihr euch mit den t-shirts von bro von theme park guide oder von fanfare blog oder sonst was nicht zufrieden geben aber ich mache keine wäre zwar cool aber nein mache ich nicht drittens was ist dein lieblings meth house oh lieblings meth house von denen die ich kenne würde ich sagen gibt es zwei und zwar zum einen die villa volta im efteling die gefällt mir so vom grundsätzlichen setting her eigentlich ganz gut aber ganz besonders finde ich da halt wirklich den soundtrack sehr sehr geil auch wenn ich da sagen muss die zwei pre shows auf niederländisch werden nach einer zeit dann doch ein bisschen langweilig und sind auch sehr sehr lang gezogen also ja aber gut okay sie gehören halt dazu und trotzdem finde ich die villa volta schon sehr sehr geil und das zweite fanhaus ist fluch der kassandra im europapark finde ich persönlich auch sehr geil erstens mal weil mir der soundtrack auch sehr sehr gut gefällt und zweitens weil ich dieses ganze ja griechenland setting auch sehr sehr gerne mag und mir das auch gut gefällt und ich hätte vielleicht mal mein handy ausmachen sollen bzw den ton ausmachen sollen das hole ich dann jetzt an dieser stelle nach sorry dafür wer war es denn okay also mit der jungen dame hätte ich jetzt nicht gerechnet falls du dieses video hier siehst hallo liebe claudia ich stell dich dann jetzt mal auf leise so nein das ist vibrieren das wollen wir erst gar nicht ja also sorry wo war ich stehen geblieben sorry tut mir leid viertens was ist dein lieblings kartoffelsalat rezept das meinst du jetzt nicht ernsthaft oder ich habe kein lieblings kartoffelsalat rezept also ich stehe auch grundsätzlich nicht so sehr auf kartoffelsalat also ich esse zwar welchen aber ich habe da jetzt kein lieblings rezept hauptsache kartoffeln sind drin auf alles andere kann ich verzichten fünftens überlegst du dein postfach auch mal als live stream zu machen nein definitiv nein live stream nee das ist mir zu unübersichtlich dann kommen auf einen haufen da 30 fragen rein und irgendwie dann bist du da die ganze zeit nur am rum scrollen und nee das ist mir zu unübersichtlich und das werde ich definitiv nicht tun lieber so schriftlich und also für mich jetzt in dieser form schriftlich und nee mache ich nicht das bleibt so in der videoform hier sechstens was für ein tier ist puschel eigentlich puschel ja der gute puschel der ist gerade schon am schlafen der muss sich ein bisschen ausruhen das hat auch gute gründe puschel ist ein mitteleuropäisches langhaartier ja für alle die jetzt nicht wissen was das genau für eine rasse ist gibt es doch vielleicht mal bei google ein vielleicht kann google euch da ja helfen wer weiß wer weiß wer weiß vielleicht hat auch google darauf eine antwort also wie gesagt mitteleuropäisches langhaartier allerdings ein sehr kleines mitteleuropäisches langhaartier sechstens würdest du dich vom bro tätowieren lassen nein nein würde ich nicht das hat verschiedenen gründe also zum ersten ich vertraue dem kerl ja also grundsätzlich würde ich von bro so einiges machen lassen aber das mit sicherheit nicht denn erstens kommen mir grundsätzlich keine tattoos ins haus beziehungsweise auf die haut ist jetzt nicht dass ich da irgendwie eine abneigung grundsätzlich gegen hätte sollt ihr alle gerne machen aber ich mag es nicht was aber auch noch einen zweiten besonderen grund hat denn ich hasse nadeln ich kriege schon beim arzt panik wenn ich nur schon ja zur blutabnahme oder sonst was hin bin oder sei es nur eine impfung oder so soweit ich schon die nadel sehe da kriege ich panik und da kann ich nicht hingucken und das geht für mich schon überhaupt gar nicht klar und von daher die tattoos aus diesem grunde alleine schon nicht achtens was ist dein lieblings kartoffelsalat rezept ich habe noch nicht mal eins also zwei habe ich schon gleich gar nicht nein neuntens was ist besser als simpsons family guy american dead oder south park wenn ich mich bei denen entscheiden müsste also family guy und american dead finde ich jetzt persönlich nicht so cool aber simpsons und south park finde ich schon sehr sehr geil simpsons ist natürlich richtig ja oldschool retro und ja von anfang an habe ich das schon immer geguckt und war ich davon anfang an immer bei ähnliches geht eigentlich auch für south park aber ja simpsons finde ich schon sehr sehr geil und feiere ich mega aber den ticken mehr feiere ich dann garantiert south park noch ab weil ja ich finde das einfach so derbe teilweise so richtig richtig geiler humor und auch so übelst sozial kritisch stellenweise also klar das hat simpsons auch alles aber ich finde das halt bei south park noch mehr auf die spitze getrieben und ja also deswegen gefällt mir south park da auch viel viel besser und ja also south park auf jeden fall zehntens wann hast du geburtstag das werde ich jetzt hier an dieser stelle nicht verraten ich sag mal so die leute die mich bei facebook geliked haben beziehungsweise befreunden also freundschaftsanfragen rausgeschickt haben die kriegen das früher oder später wahrscheinlich so oder so mal von diesem großen konzern gesagt auch wenn ich das vielleicht gar nicht möchte aber ja hier an dieser stelle werde ich das für das breite publikum nicht bereit treten nur so als kleiner hinweis die zehn die hier jetzt also die zehnte frage ist kommt drin vor 11 um quasi auf meine letzte frage aus dem letzten postfach zurückzukommen da meintest du ja dass du gerne einen captain future themenbereich hättest captain future finde ich schon mal cool habe ja selber früher keine folge verpasst was ist denn da dein lieblingscharakter ja captain future und außer captain future ach meine güte ist schon lange her wie hieß der hieß der otto hieß der otto hieß der der glatzkopf du weißt wen ich meine otto fand ich auf jeden fall sehr 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 cool zwölftens hast du schon mal daran gedacht koch videos auf youtube zu machen nein also quasi habe ich ja schon mal so eine art koch beziehungsweise back video hier gemacht so als kleines weihnachts special aber da werde ich jetzt keine koch oder back videos oder sonst was nicht machen also da mache ich jetzt keinen zweiten kanal der eine hier der reicht mir da schon und nein ich werde nicht kochen und backen ich werde auch keinen blog oder sonst irgendwas mit rezepten oder so machen auch wenn ich vielleicht irgendwann mal ein gutes kartoffelsalat rezept habe es sei denn ihr schreibt mir jetzt mit tausenden leuten dass ihr unbedingt mal seht wie ich einen kartoffelsalat mache nach meinem rezept dann kommt das video aber dafür müssen ich sag mal mindestens mindestens muss dann dieses postfach 150 likes bekommen dann ja drunter nicht wisst ihr bescheid vielen dank für die beantwortung meiner fragen ja immer wieder gerne lieber friday teardrop ich habe heute saturday aber ohne teardrop die nächsten fragen kommen von big bonner hi emmy pictures cooles video von dir hier sind meine fragen ja dankeschön erstens welchen freizeitpark hast du am häufigsten besucht boah keine ahnung ich führe da gar kein buch drüber könnte ich jetzt also so nicht sagen aber wahrscheinlich läuft das auf äfteling oder phantasialand hinaus einer von den beiden wird es wahrscheinlich sein keine ahnung welcher genau ich habe nicht in der kindheit mitgezählt ich kann es nicht sagen auch wenn ich damals in meiner kindheit sehr sehr häufig im panoramapark war ja die meisten von euch werden den panoramapark wahrscheinlich gar nicht als richtigen freizeitpark sondern höchstens jetzt noch aktuell als wildpark kennen aber da gab es auch mal sowas wie achterbahnen und co zweitens wie findest du die englischen freizeitparks und welchen von den englischen parks würdest du als erstes besuchen ja also wie ich die finde kann ich nicht beurteilen da bin ich halt noch nicht gewesen und welchen ich als erstes besuchen würde würde kann ich nicht beantworten kann ich nicht beantworten sorry nein nein drittens was ist deine meinung zur phantasialand erweitern die wir schon jahre erwarten kommt die noch ja da musst du mal in brühl in der politik beim land nrw beim beim löffelharze nachfragen oder wie sie nicht alle heißen meine meinung dazu ich glaube sie keine ahnung ich glaube aktuell so schnell wird sie nicht kommen ganz besonders nicht in dem maße wie sie das phantasialand wirklich brauchen würde irgendwann kommt vielleicht mal einer aber ob das jetzt in 5, 10 oder in 50 oder 500 jahren ist keine ahnung aber so aktuell glaube ich ehrlich gesagt nicht daran und das phantasialand scheint sich da ja auch traurigerweise genauer drauf einzustellen wenn ich das halt immer wieder sehe und ja ich denke auch nicht dass das so schnell kommen wird aber gerne mal eure meinung dazu auch unten in den kommentaren ähm viertens welche attraktion die schon abgerissen wurde von phantasialand würdest du wieder in den park aufbauen du kannst nur eine aussuchen ja ganz eindeutig die gondelbahn tausend und eine nacht dazu gibt es übrigens auch seit kurzem hier ein video auf diesem kanal mit ein paar on und offright aufnahmen sprich einen ride check zur gondelbahn tausend und eine nacht und da erläutere ich dann auch warum mir diese bahn so gut gefällt und ja wenn ich eine wieder haben will dann definitiv die gondelbahn aber ich glaube dazu wird es nicht mehr kommen schade fünftens ähm wie findest du eigentlich dass es dass seit neuestem im ganzen moviepark chartmusik läuft äh keine ahnung wusste ich jetzt so auch noch nicht aber ich bin auch die letzten ähm gut anderthalb jahre nicht mehr im moviepark gewesen und der park ist jetzt auch nicht so mein favorite aber wenn ich jetzt höre dass da nur chartmusik läuft äh ja also find ich jetzt persönlich nicht wirklich cool weil das ja theming nicht gerade unterstreicht und nicht wirklich passend ist also äh chartmusik find ich grundsätzlich nicht cool wenn die in parks läuft äh wenn das an der main street vielleicht ist okay aber wenn das im ganzen park jetzt ist ne find ich überhaupt nicht cool aber das passt wieder so ein bisschen zum ja ich will jetzt nichts falsches sagen aber zum klientel des movieparks das hat man ja zum beispiel auch in anderen parks ich sag da nur in richtung valibi holland oder so da geht das ja auch in eine ähnliche richtung und das find ich auch nicht sehr sehr cool sechstens wie bist du eigentlich auf die namen emmy pictures freizeitpark tv gekommen ja freizeitpark tv erschließt sich glaube ich von alleine und das emmy pictures das hatten wir ja eben schon schau mal ins wer bin ich da wird dir geholfen siebtens fast food oder sterne restaurant äh ja sterne restaurant ist jetzt nicht so meins mal abgesehen davon dass es da halt schon schweineteuer ist aber ich bin auch was essen angeht ähm schwierig um das mal vorsichtig zu formulieren sprich ich würde da wahrscheinlich die hälfte auf dem teller liegen lassen und ähm ja das ist nicht sinn und zweck der übung dafür ist das auch einfach erstens mal zu teuer und essen auch grundsätzlich zu schade also essen auf dem teller liegen zu lassen finde ich grundsätzlich immer richtig richtig scheiße also liebe leute wenn ihr euch irgendwo was bestellt oder haben wollt also das mal auch aus einem anderen grunde weil ich ja persönlich auch essen verkaufe und ich das tagtäglich einfach so häufig sehe wie viel wir an lebensmittel in die tonne schmeißen müssen weil die leute sich einfach ah ja die Augen wie immer größer sind als der Magen und dann bestellen 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 und dann die hälfte davon liegen lassen das ist einfach nur grausam und das sollte und darf in der heutigen Zeit einfach nicht mehr sein aber ich komme vom Thema ab ähm äh ja aber nehmt euch das mal zu Herzen also Essen wegschmeißen ist uncool ähm aber so grundsätzlich also Fastfood ist natürlich jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss aber da ich das Zeug auch verkaufe und auch gerne mal zwischendurch mal ein bisschen Fastfood esse würde ich ja bei den beiden zur Auswahl stehenden sagen Fastfood achtens welche Stadt in Deutschland würdest du mal gerne besuchen auch da gibt es eigentlich sehr sehr viele die ich gerne besuchen wollen würde ähm ja also ich würde gerne mal nach Berlin hat sich leider noch nicht ergeben aber so die Städte zum Beispiel München und Hamburg war ich zwar auch schon aber finde ich persönlich sehr sehr schöne Städte und sehr sehr geil und die möchte ich auch auf jeden Fall irgendwann wieder besuchen neuntens welches Land würdest du gerne mal besuchen? ja das habe ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Postfach gesagt das würde wahnsinnig viel werden weil ich finde einfach grundsätzlich hier unseren blauen Planeten einfach nur richtig richtig geil und da gibt es überall so viele schöne Ecken und Enden ob das jetzt in Deutschland ob das irgendwo anders in Europa ist ob das in Australien, in Afrika, in Amerika also Nord, Süd, Asien oder wo auch immer ist es gibt so so wahnsinnig viele schöne Ecken die ich gerne mal sehen wollen würde weil ich einfach so auch Natur finde ich einfach richtig richtig geil was die Natur einfach so hergibt und ja da gibt es so viele schöne Dinge und ähm ja das reicht aber leider vom Portemonnaie her nicht ähm von daher ich würde gerne vieles aber ich kann es halt leider nicht schade zehntens kannst du bitte deine Top 3 Kirmesplätze nennen die du gerne besuchst äh Top 3 Kirmesplätze also mit Sicherheit als erstes definitiv die Rheinkirmes in Düsseldorf und danach ähm würde ich sagen von denen die ich kenne natürlich am attraktivsten ja ist definitiv die ja das Oktoberfest auf jeden Fall allerdings Oktoberfest ganz ehrlich immer nur in den Mittagsstunden abends würde ich mich da nicht mehr rumtreiben das ist mir einfach zu ja zu extrem teilweise ich meine gut die Rheinkirmes ist da nicht viel anders aber Oktoberfest ist da noch mal eine Ecke härter voller und ja das passt mir da nicht so und ansonsten kommt es immer so ein bisschen auf die Beschickung an also klar Dom würde ich gerne mal hin bin ich noch nie gewesen Kranke ist auch immer eine gute Kirmes ja ob es jetzt Hannover oder ob es ja Pützchensmarkt oder Anna Kirmes oder es gibt da so viele aber es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Beschickung an also zwei sage ich auf jeden Fall Rheinkirmes und Oktoberfest danke für die Antworten ich wünsche dir alles Gute und schöne Grüße von Bonn nach Gladbach ja dankeschön schöne Grüße zurück nach Bonn ist ja nicht so weit ja ich wünsche dir auch alles Gute und ich muss mal ab und zu auf die Uhr gucken ob ich das hier alles hinkriege ähm sorry könnte dieses Mal auch wieder so sein tut mir leid Time is money ja sehe ich genauso und ich muss mich jetzt auch ranhalten wo bleiben neue Fragen ich probiere es mal wie ist eigentlich dein Kontakt zu den jeweiligen Presseabteilungen in den Freizeitparks wirst du von denen bei deinen Berichten hilfreich unterstützt ähm nein allerdings auch aus einem Grunde erstens mal kommen die auf mich hier nicht zu weil dafür ist der Kanal viel 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 zu klein aber das weißt du ja ganz sicher und ansonsten äh ich renne auch nicht hinter den Presseabteilungen her ich hab das mal gemacht in der ja ich will jetzt nicht sagen in der Anfangszeit aber vor so einem Jahr auf anderthalb oder so hab ich das mal gemacht hab auch diverse Parks angeschrieben und den ganzen ja alles was da dran hängt und Mails und sonst was nicht aber ähm da ist sehr sehr wenig bei rumgekommen und ähm es ist einfach auch sehr sehr viel Zeit dafür draufgegangen und da hab ich eigentlich keinen Bock drauf weil das Ganze ist und bleibt ein Hobby hier und ich renne den Parks da nicht hinterher da hab ich keine Lust drauf ich mach das so wie ich hier Spaß habe und ähm ja wäre vielleicht manchmal ganz hilfreich aber im Endeffekt wie gesagt das ist ein Hobby bei der Sache die wir beide machen und zwar Freizeitparkwelt sieht die Sache natürlich ganz ganz anders aus da bin ich auch immer für Pressekontakt aber ähm ansonsten hier für diesen Kanal wahrscheinlich nicht es sei denn ich überlege mir das irgendwann mal anders ne wer weiß wer weiß wer weiß zwinker ähm weiter geht's mit Roller Roller Rollercoaster Tycoon D oder D ich weiß es nicht äh schreib mir doch mal gerne unten rein ob man das jetzt als deutsches D oder als englisches D ausspricht oder ob das jetzt einfach nur so ein Smiley sein soll erstens was ist dir wichtiger eine gut thematisierte Achterbahn mit normalen Fahreigenschaften oder ein mega Achterbahn Layout Monster welches aber nackt in der Gegend steht äh ja auf jeden Fall thematisierte Achterbahnen hab ich aber glaube ich auch schon häufiger gesagt zweitens Ride Review oder Emmy Pictures Freizeitpark TV du kleiner wie soll ich denn jetzt auf diese Frage ganz ehrlich antworten eine ehrliche Antwort gibt es da eigentlich nur beides da gibt es kein oder da gibt es nur ein und kein oder oder ist nicht gut aber ja klar ich feiere natürlich Bro und Uschi und ja halt Ride Review total aber ich kann das natürlich jetzt nicht sagen dass ich meinen eigenen Kanal nicht feiern würde weil das wäre ja ein bisschen blöder oder also ich muss ja schon hinter dem stehen was ich hier fabriziere von daher beides drittens kennst du Open RCT 2 das ist eine komplett neue Version von RCT die ist Fanmade und kann man sich sehr leicht runterladen und direkt spielen man braucht nur das Original das größte Plus bei Open RCT 2 man kann zusammen online oder auf einem eigenen Server Parks bauen gleichzeitig gemeinsam wie wäre es mit einem Let's Play Together mit dir und Bro ja wäre eine coole Idee aber mir fehlt ja schon für mein normales Let's Play die Zeit und zeitlich das irgendwie mal hinzukriegen dass wir da so ein Let's Play Together machen ist glaube ich ziemlich schwierig ich sitze jetzt auch schon wieder alleine hier ich hatte mir das eigentlich auch etwas anders erhofft aber ich habe gar nicht erst bei Bro nachgefragt weil ich ganz genau weiß dass das nicht klappt von daher ja Zeit ist scheiße tolles Video finde ich eine tolle Idee dass du das jetzt von verschiedenen Plätzen aus machst ja dankeschön und ja heute sorry aber ist es wieder dieser Platz geworden aber ging leider Gottes nicht anders und ließ sich nicht mehr anders machen es wäre zwar eine Gelegenheit aber dann würdet ihr dieses Video erst viel viel später sehen und das ja wollte ich dann nicht weil ich muss meinen Sendeplan irgendwie voll kriegen und ich muss auch ein bisschen Abstände hier hinkriegen sonst werden das würde zu viele Fragen und ich muss mich ranhalten Niklas Schlund welcher Freizeitpark wirst du dieses Jahr auf alle Fälle besuchen kein Kommentar wie ihr wisst ich gebe keine Vorabankündigung mehr aus welche Freizeitparks ich besuche Termin the Coaster Junkie durch Arthur Flashlining Pulsar Lost Gravity und Cobra's Curse frage ich mich echt was mag im Europapark als nächstes Jahr so bauen werden was glaubst du was glaubst du bauen sie als nächstes in den Park ich hoffe immer noch es wird ein Wing Coaster also als nächstes bauen sie mit Sicherheit keinen Wing Coaster und ansonsten über das andere werde ich jetzt keine Gerüchte befeuern ich kann mir schon grob was vorstellen was die da bauen könnten aber wissen tue ich es natürlich nicht und ja so viel sei gesagt also ein Wing Coaster wird es wahrscheinlich garantiert nicht werden und wenn dann wohl eher ein Big Dipper gehe ich mal von aus Fabian Graf fragt hast du eigentlich vor mal ein Review zu Arthur zu machen ähm nein hab ich jetzt nicht konkret geplant vielleicht kommt aber keine konkrete Planung www.top10.de was ist besser im Theming Nofgorod oder Black Mamba beides sehr sehr cool aber ich persönlich feiere einfach die Black Mamba viel viel mehr weil ja halt einfach die Sache ist da hast du auch während der Fahrt halt so dieses Theming was bei Nofgorod jetzt ein bisschen weniger ist klar sind die Türme auch von außen gestaltet und so weiter aber so selber finde ich einfach die Black Mamba da doch deutlich cooler aber wie gesagt es ist beides sehr sehr geil vom Theming her ja und okay ich sehe schon ich verzettel mich hier zeitmäßig wieder deswegen muss ich hier einen klitzekleinen Cut machen sorry und wieder zurück ähm 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 magix magix äsch 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 das ist ja schon wieder ganz toll gewesen hier mit dem Schnitt und ich kriege schon nichts mehr auf die Kette also magixian auf gut Deutsch du weißt schon wen ich meine Big Dipper oder die normalen Mag Mega Coaster Züge äh ganz ja die tun sich ja eigentlich jetzt so beide nicht so wahnsinnig viel also mal abgesehen eben von den Flawless Wing Coaster sitzen außen aber ansonsten tun die sich ja jetzt nicht so viel und ja eben wegen diesen Außensitzen finde ich die Big Dipper schon viel viel cooler zumal die halt auch eben durch die Einzelwagen bedingt natürlich auch ganz andere Radien fahren können aber ja ja Big Dipper Kilian Oberhauser wieder wie immer gutes Video meine Fragen wenn du den Hansapark das Phantasialand den Europapark und das den Efteling nicht das Efteling lieber Kilian von 0 bis 10 bewerten könntest wie würdest du die Parks bewerten Leute nee das mache ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weil das wird den Rahmen entsprengen sind alles gute Parks und dann würde ich da ein bisschen differenzierter gerne rangehen aber so jetzt spontanes Ranking nee mache ich nicht weil dafür kenne ich einfach auch zu wenig andere Parks noch um Referenzen zu haben ach ich verzerrte mich nein mache ich nicht sorry Kilian aber das mache ich jetzt nicht zweitens kannst du bitte in 5 Sekunden schätzen in wie vielen Freizeitparks du schon warst 5 4 3 2 1 nein kann ich leider Gottes nicht ich würde auch kein Buch drüber ich habe keine Ahnung ob es jetzt 20 30 40 50 sind ich weiß es ganz ehrlich nicht und deswegen ja schätzen ich kann schätzen ich kann jetzt eine Zahl sagen ich sage mal 40 ob es stimmt keine Ahnung drittens ja ich versuche es mal vorzulesen drittens lieber hohe Airtime reiche Bahn oder kurzer Launch Coaster mit Inversionen die Frage habe ich auch schon tausendfach beantwortet beides ziemlich cool aber Airtime viertens in wie vielen Freizeitparks bist du ca. in einem Jahr auch wieder so eine Frage ja wie soll ich dir das beantworten mal sind es mehr mal sind es weniger das hängt vom Urlaub ab das hängt von verschiedenen Faktoren auch wie Wetter ab ich fahre nämlich jetzt nicht irgendwie an meinem einzigen freien Tag die Woche dann in einen Freizeitparks wenn es in den Strömen regnet und es hängt natürlich auch ganz gewaltig immer vom Portemonnaie ab was das Portemonnaie hergibt und von daher das können 3 sein das können auch 30 sein das ist immer unterschiedlich gibt es keinen Durchschnittswert fünftens läufst du in der Früh immer in den Park oder gehst du langsam hinein ich gehe langsam hinein also erstens mal bin ich was älter da geht man dann was langsamer und zweitens ich hasse es wie die Pest wenn ich die ganzen sorry wenn ich das so sage aber die ganzen Kiddies und Teenies obwohl es gibt ja auch Erwachsene bei also nee sorry den Teil streiche ich auf jeden Fall wenn die ganzen Leute da so rein stürmen und ich muss als erster auf Bahn XYZ sein das hasse ich wie die Pest das finde ich einfach nur grausam da würde ich am liebsten Beinchen stellen oder so eine Schnur spannen und die ganzen Leute einfach so ich finde das einfach nur furchtbar meine Güte der Tag ist lang genug und wenn der Tag nicht lang genug sein sollte weil es so voll ist ja dann nehmt euch noch einen zweiten Tag aber ich finde das nur grausam dieses Losrennen und überhaupt dieses ganze in der Gesellschaft schneller schneller ich finde das einfach nur schlimm heutzutage geht gar nicht sechstens welchen Gigacoaster würdest du am liebsten fahren da gibt es viele da will ich mich auch nicht festlegen weil es gibt da einfach so wahnsinnig viele die ich unbedingt mal gerne fahren wollen würde dass es da halt nicht nur einen gibt gibt es viele siebtens magst du Tiere ja ganz eindeutig ja ganz besonders ein mitteleuropäisches Langhart hier das mag ich ganz besonders gerne nächsten fragen kommen von oh Moment ich muss das jetzt auch mal so betonen wie die Kollegen von Funfairblog zum Beispiel das immer machen also der gute Lars zum Beispiel Kinderk 88 also der gute Kinderk 88 herzlichen Glückwunsch zu deinen Hallo Lars du kannst es für mich demnächst mal synchronisieren du kannst das viel viel besser ich kann das nicht sorry herzliche Glückwünsche zu deinen 2500 Abos nun meine Fragen was ist dein Lieblingsessen äh was ist mein Lieblingsessen Pizza finde ich cool und ansonsten Kartoffeln aber kein Kartoffelsalat nächste hast du einen Chef oder bist du dein eigener Chef quasi beides ja kann man so sagen wie das halt so ist wenn man selbstständig ein Gewerbe mit seiner Frau zusammen macht dann hat man quasi immer eine Chefin obwohl man selbstständig und eigentlich beide ja also ich hab quasi eine Chefin und die hast du auch schon mal live kennengelernt isst neben dir jemand wenn ja dann frag ihn was sein Lieblingsessen ist nö sorry hier ist keiner Gruß aus der Schweiz ja Grüße zurück in die Schweiz und ja Dankeschön für deine Fragen weiter geht es mit Kommentaren 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 von Ben beziehungsweise Biene und Ben schöne Grüße lieber Ben du treibst dich gerade auf aktuell auf so einer kleinen Insel im Mittelmeer herum viel Spaß da dann der gute Jakob hat eine Frage was ist besser Kirmes oder Freizeitpark hat beides seinen eigenen Reiz also Kirmes finde ich richtig geil weil halt einfach ja mit Reko und auch ganz besonders abends es ist einfach so ein ganz eigenes Flair den Kirmes hat ich weiß viele von euch stehen nicht so sehr auf Kirmes aber ich stehe auf Kirmes aber grundsätzlich muss ich schon sagen natürlich ist ein Freizeitpark immer aber er ist meistens besser meistens es gibt aber auch Freizeitparks die sind quasi eine Kirmes Skyline Park zum Beispiel es gibt aber auch noch andere finde ich aber auch cool das nächste sind Kommentare 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 von Lars Hallo Lars nochmal schöne Grüße zu dir nach Lübeck weiter geht's mit Nario Esel heißt du wirklich Esel mit Nachnamen Tja Pech ne komm sorry das war fies das war fies nein das ist gemein ich zieh's zurück Entschuldigung wie immer gutes Video Dankeschön ich hoffe das siehst du jetzt auch noch so hier meine Fragen für das nächste Postfach erstens welche Bahn hat für dich den besseren Soundtrack Euromir oder Eurosat musikalisch gesehen wahrscheinlich von der Musik her weil es abwechslungsreicher ist Eurosat aber so ja Euromir ist natürlich der Ohrwurm schlechthin und wenn man den Lifthill raufgefahren durch die ganze Zeit das ist einfach ja mega geil und ich finde den Euromir Soundtrack einfach nur richtig 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 schweinegeil und ich feiere den total und von daher Euromir auf jeden Fall aber wie gesagt musikalisch würde ich den von der Eurosat bevorzugen aber ja Ohrwürmer sind immer besser in Freizeitparks Was ist dein Lieblingsthemenbereich im Europapark ganz eindeutig der Griechische warum sollte der ein oder andere von euch wohl wissen drittens findest du dass Vekoma SLCs auch positive Aspekte haben haben Vekoma SLCs ja natürlich es sind Achterbahnen aber dann hört es doch schon auf das war es mit positiven Aspekten sorry Vekoma tut mir schrecklich leid ich weiß das werden jetzt nicht alle von euch so sehen aber die meisten können das wahrscheinlich unterschreiben und ja ne viel mehr positive Aspekte haben Vekoma SLCs nun wirklich nicht nein das war es auch schon viel Spaß beim Antworten ja dankeschön du hattest auch Spaß also ich hatte ein bisschen Spaß und ja ich glaube Moment hier kommt noch ein Kommentar von Bro ja schöne Grüße auch an dich Bro wo auch immer du gerade bist und das war es an Fragen ja ja das war es an Fragen also hast genau richtig geschrieben mit deinem Kommentar das war es auch schon richtig und in dem Sinne ups sorry das war jetzt ein Fehler warum musste ich jetzt auch die Tasse direkt am Mikrofon hinstellen sorry falls euch die Augen die Augen die Ohren jetzt klingeln tut mir leid ja das war es ich freue mich auf neue Fragen hoffentlich und bitte 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 kreative Fragen und in dem Sinne ja bis zum nächsten Postfach oder auch bis zum nächsten Video überhaupt hier bei Amy Pictures Freizeitpark TV und ich mache mir jetzt eine schöne Zeit ich wünsche euch auch eine schöne Zeit und in diesem Sinne bis bald bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020